Heute fand im Bildungsministerium ein Tag der offenen Türen statt. Zahlreiche Studentinnen und Studenten nutzten die Gelegenheit, um ihre Forderungen Achtung zu verleihen. Unsere Bildung! Und heute zu 50 Prozent! Die meisten Besucherinnen und Besucher dieser Veranstaltung zeigten Verständnis für die Anliegen der Studentinnen und Studenten. Was halten Sie von den Protesten der Studenten? Ja, die Türen sind teilweise viel gerechtfertigt. Der Lärm stört mich nicht. Aber sonst stören Sie schon rechts. Bitte? Ich habe gerade eingesperrt. Warum? Was halten Sie von den Protesten der Studenten? Finden Sie die Proteste berechtigt? Unsetzlich schon, ja. Schon, ne? Ja und nein. Warum ja, warum nein? Naja, aber die Zustände in der Uni so schlecht sind, gehört, was gehen darf. Und ich kann ja auch noch, worum es eigentlich geht. Sie gehen für Ihre Rechte auf die Straße. Was halten Sie davon, dass Menschen für Ihre Rechte auf die Straße gehen? Das finde ich gut, natürlich. Okay. Aber ich finde es gut, wenn man ein Anliegen hat, dass man das auch vordrägt. Nur Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Ministeriums wollten keinen Kommentar dazu abgeben. Ich weiß gar nicht, ich bin nicht von hier. Okay.